aufgerechnet museum fängst du jetzt an mit dunking ach gottchen ja gut 14 14 14 14 ich bin zufrieden ich habe ein ding gewonnen heute ich denke so bis 13 30 ungefähr spät ist das mache ich ich denke dann noch mal zwei stunden noch mal nicht gut will geschafft wieder ich weiß ich habe doch früher weg muss aber auch mit 13 uhr feiern machen wollen schon mir ist es wohl ich habe zeit ja ich will dann hat zwei fußball gucken dann durch formel 1 gott jetzt wieder hochkriegen damit springen die idee war nicht schlecht eigentlich zählt das nicht alter lustig 14 14 14 jetzt das kann nicht werden das ist nicht wahr erzählt nicht okay das problem ist du hast auch kein jacob hat kein kein crash things also du merkst ja nicht mal so ich war noch an 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 der an der kante oder so du fliegst ja dadurch ich komme schon der war noch drin das sage ich ja auch total bescheuert jetzt wird es doch schon was wir haben jetzt geht ja schon gut los oh gott das geht die gleiche scheiße wieder von vorne los oder was hallo der war doch drin das ist doch nicht normal das macht die das klingt irgendwie falsch was macht ihr das kann eine sehr lange runde werden oh ja das sehe ich gerade genau so man jetzt das muss ich vor dem loch eigentlich dick vorlegen und dann springen ja du musst sein von einem stück und dann direkt x gleich wieder drücken ja so habe ich den gerade reingest du musst das loch das ist nichts werden okay da rein hat ich auch vor doch zu wenig das ist weit gesprungen jetzt sechs schläge das sieht so albern aus auch ja ich komme gar nicht mehr weiter wie viel unterschlägt die andere variante einfach warum in der mitte durchgehen auch einfach aus wobei gehen kann abel boge ich hab die wüsste haushoch gewinnen das ist ja bei mir und ich will ja kaum was und da acht schlägen man schon wieder bin ständig an dem knochen hängen geblieben ach du musst ja noch drüber auch gott nein an der karte unten hängen bis das war zu wenig ich war noch drin ich war noch drin jetzt habe ich wo geht einer weniger nicht haben müssen elf schläge acht oder so der 67 sieben ich war ja ich auch das darf doch nicht zählt jetzt bin ich wieder oben drüber oder was keine schläge mehr übrig das 14 spieler das sind doch wieder mag ich nicht den mag ich nicht den modus muss ich ganz ehrlich er ist nicht so unser aber mal gucken was raus kommt ja so geht es auch weiter diese musik dazu ja die macht es nicht immer die besser bin ich jetzt hier gelandet ach da ist der korb okay das war zu weit jetzt bogey ich war noch drinnen da wäre ich lieber dafür danach noch ein bisschen mit dem party modus rum zu albern vielleicht noch nicht wieder fängt um zu eiern nee ich gucke mach mal vielleicht noch irgendwie anders einstellen kann das ist ein bisschen zufällig aus das schlimm du bist dreimal drin und das zählt ja nicht das loch kommt jetzt wir sind schräg bisschen schräg schade also ich habe das gefühl ist aber menschen liegen einfach nicht zählt ja das ist klar ich bin ein schlag vor das loch und dann presst du nicht das ding ja nee da so danke ich nicht so meins muss ich sagen achtschläge ich auch ja die 14 die war scheiße denke ich mich zehn hinter dir das war ich gar nicht mehr so schleckt mich der fügt ach hier ist das nicht hier ist das still der nein was machst du von mir scheiße okay ich weiß auch nicht warum er sich damit irgendwie geschafft habe ich auch mal zu kommen ergibt keinen sinn oder also echt ein bisschen nee also kein schöner modus muss ich ganz ehrlich sagen zu toll oh ernsthaft jetzt jetzt neuen schläger nee 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 das ist überhaupt nicht meins ach komm schon ich war da drin da wir vorgehen 6 meins naja meins ist auch nicht so wirklich hoch muss doch noch so jetzt ich bin vor der und drei gebürt worden wird der mit dem strom für den windstrom ich habe würde gespielt mit sechs schlägen nicht schlecht aber fast genau so bin ich reingefallen worden also wirklich mit dem winter eingeschossen und ich habe sechs schläge waren es kann sein dass fünf von bogey wäre ja untereinander ja ja dann was würde ich dann was sechs jahre die andersrum also das würde ein ein weniger paar ist genau denn die schläge die büche schaffen muss und bogey ist ein drüber ja vier schläge und dann war es ein unterpaar gut war viel glück dabei ja leck mich doch am arsch alter was wir dieses loch wurde dann hinten wieder übers wasser zurückbefördert wirst du zu weit entschlägst ja und tschüss ja die seite du sprichst raus dass damit dann hast du glück dass du noch drin bleibst ernsthaft ja das war zweit sie lustig aus ich bin okay das war es 14 das ist schön abgesetzt das war das nicht das war für dich jetzt eine wichtige map dass du dir ich so war ja wo ich das letzte mal so verkackt habe ach gott da oben wo ist jetzt hier das dunking ding ja hier die von ist es auf der anderen ist nicht oben sondern unten so ich hab's ja schön dass ich jetzt wahrscheinlich durchgerollt wird jetzt im wasser ach komm schon spiel ich komme gar nicht da raus mehr weil er mich jedes mal wieder zurückrollt in diese ecke das spiel hast mich gerade ich dachte das spiel hat es dich immer kämpfen ja keine ahnung ich bin wieder am start zurück mit zehn schlägen ich habe mich doch im arsch an den richtigen ja natürlich hat mich das immer auf 50.000 schläge bist du da mal aus dieser ecke rauskommt jetzt ein hand aufgeben kannst du nicht in die ecke mehr raus schließt halt in der kante der war natürlich nicht schlecht baby ich weiß gar nicht was du wolltest saugeil wo musst du denn da hin ich weiß nicht wo ich hin muss ich habe keine ahnung dreckspiel da um die ecke nein hinter dir was für eine ecke da ist die röhre geht da komme ich nicht weiter ich lande hier irgendwo mitten in der pappe du musst auch mal guck dich doch mal in ruhe um und benutzt die kamera wo du vielleicht hin muss bin ich doch hinter dir ist doch noch eine röhre da was für eine röhre da ist keine röhre mehr hier meinst du oder was wo ist noch eine röhre ich sehe doch keine da wo der würfel davor liegt da musst du reinrollen ja und jetzt jetzt bist du oben jetzt mach einfach warte mal was wir wie dings und ich gerade geht zu der balustrade und springen runter wir sind einfach runtergesprungen hä was für ein ding hier oder egal du hast immer noch zehn sekunden ist mir egal das spiel hast mich ja ich komm nicht weiter vergieß es ähh ich habe keine bohge mehr ach 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 Jetzt müssen wir es mal vor dem Korb Geht doch, acht Schläge. Also danach wechseln wir auf jeden Fall den Modus wieder, das ist ja ihr Kampf. Oh, zum ersten Mal keine vierzehn, zehn. Oh, zum ersten Mal keine vierzehn. Ach, Igel! Ach, die! Die Dreckswende, wo die gar nicht weiß, wo es weitergeht. Oh, zum ersten Mal keine vierzehn. Ach, Christ. Oh, zum ersten Mal keine vierzehn. Oh, zum ersten Mal keine vierzehn. Vom Dings. Elf Schläge. Natürlich hat er nicht gezählt. 14. Ja, meint es es nicht. Definitiv nicht. Ja, wir wachsen jetzt noch wieder den Modus. Es ist durchweg einfach nur Scheiße gewesen bei mir. Fast ärgerlich. Na komm. Und liebe Spiel, du darfst auch mal laden. So. Dann machen wir jetzt Party-Modus. Da war's.